Musik Gut vorbereitet auf die Herausforderungen der Zukunft haben 112 ehemalige Auszubildende des Ammerländer Handwerks ihre Abschlusszeugnisse in Empfang genommen. Die gute Vorbereitung verdanken die Gesellen, ihren Eltern und den Ausbildungsbetrieben, sagte Festredner Bernd Wozniak, Chef der Agentur für Arbeit in Oldenburg. In der Wirtschaft haben sie seiner Meinung nach gute Chancen und das auch im Ammerland, denn das weist mit 15 Handwerksbetrieben auf 1000 Einwohnern die höchste Handwerkerdichte im Bezirk der Handwerkskammer Oldenburg auf.